Der Europapokal der Pokalsieger 1991, 92. war die 32. Ausspielung des Wettbewerbs der europäischen Fußball-Pokalsieger. 34 Klubmannschaften aus 33 Ländern nahmen Teil, darunter Titelverteidiger Manchester United, 26 nationale Pokalsieger und 7 unterlegene Pokalfinalisten. Jugoslawien war letztmals durch seinen Pokalsieger Heiduk Splitt vertreten. Aus Deutschland waren DFB-Pokalsieger Werder Bremen für den Bereich des NOFV-Pokalfinalist Heisenhüttenstädter FC Stahl, aus Österreicher FB-Cupsieger SV Stockerau und aus der Schweiz Cupsieger FC Sion am Start. Der NOFV als Regionalverband des DFB und Nachfolger des DFV der DDR durfte in der Saison 1991, 92. noch eigene Vertreter in den Europapokal entsenden, da er erst am 20. November 1990 gegründet wurde und die Saison 1991, 91. mit eigenständigen Spielklassen noch vor der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 begonnen hatte. Das Finale im Estadio Dalus-Stadion von Lissabon gewann der SV Werder Bremen mit 2 zu 0 gegen den französischen Vertreter Asmaneco und war damit nach. Borussia Dortmund 1966, dem FC Bayern München 1967, dem 1. FC Magdeburg 1974 und dem Hamburger SV 1977, der 5. und letzte deutsche Verein, dem ein Sieg in diesem Wettbewerb gelang. Torschützenkönig wurde der Ungar Peter Lippxey von Verenvaros Budapest mit 6 Toren. Modus Die Teilnehmer spielten wie gehabt im reinen Pokalmodus mit Hin- und Rückspielen den Sieger aus. Gab es nach beiden Partien Torgleichstand, entschied die Anzahl der auswärts erzielten Tore. War auch deren Anzahl gleich, fand im Rückspiel eine Verlängerung statt, in der auch die Auswärtstorregel galt. Herrschte nach Ende der Verlängerung immer noch Gleichstand, wurde ein Elfmeterschießen durchgeführt. Das Finale wurde in einem Spiel auf neutralem Platz entschieden. Bei unentschiedenem Spielstand nach Verlängerung wäre der Sieger ebenfalls in einem Elfmeterschießen ermittelt worden. Vorrunde Die Hinspiele fanden am 21. August die Rückspiele am 3. 4. September 1991 statt. Erste Runde Die Hinspiele fanden vom 17. bis 19. September die Rückspiele am 1. 2. Oktober 1991 statt. Zweite Runde Die Hinspiele fanden am 22. 23. Oktober die Rückspiele vom 5. bis 7. November 1991 statt. Viertelfinale Die Hinspiele fanden am 4. März die Rückspiele am 18. März 1992 statt. Halbfinale Die Hinspiele fanden am 1. April die Rückspiele am 15. April 1992 statt. Finale Siehe auch Europa-Pokal der Landesmeister 1991-92 still UEFA-Pokal 1991-92 still Die Hinspiele fanden am 4. Märzv Die Hinspiele fanden am 24. März 2020 stattdessen am 10. März 2020 stattdessen am 14. März dir selbst